Guten Morgen Leute, ich bin heute im Murktal unterwegs und ich bin schon über der Nebelgrenze. Wir sehen, vielleicht kriege ich noch eine bessere Aufnahme, wenn ich dann weiter oben bin. Vielleicht steigt der Nebel ja sogar noch. Aber er hat heute schönes Wetter, von dem her denke ich mal, er löst sich auf. Wir haben jetzt 7.37 Uhr, langsam wird es hell und ich bin mächtig gespannt, was das Murktal uns zu bieten hat. Ihr werdet es erleben, wenn ihr weiter zuseht. Aber ihr dürft natürlich auch wegklicken, kein Problem. Ich bin ja ohnehin meistens alleine unterwegs. Also wir sehen uns unterwegs, bis nachher. Oh ja, das ist lustig. Ja, das ist lustig. Oh ja. Oh ja, das ist lustig. Oh, das stimmt. Oh ja, das ist lustig. Hey, ich bin echt lustig. Oh ja, das ist lustig. Also ich muss den glorzuladen. Oh ja, das ist lustig. Oh ja, das ist lustig. Ich dachte mir, ich bin echt. Bis zum nächsten Mal. 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 Schöne Spiegelung. Bis zum nächsten Mal. 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 All I need is all you need. Ich komme jetzt meine Million. Hallo? Hallo? Bis zum nächsten Mal.